Was ist denn eigentlich mit dem Vater und dem Sohn? Family Frequencies. Hier reden Vater und Sohn über skurrile Alltagssituationen, nerdiges Halbwissen und ganz große Gefühle. Ein Podcast von und mit den beiden Menschen, die ähnlicher und gleichzeitig unterschiedlicher nicht sein können. Viel Spaß! Wow, da sind wir wieder. Guten Tag. Da muss man jetzt fast schon aufpassen, dass wir das nicht so häufig machen. Das finde ich auch. Nachher werden wir noch gesuchte Verbrecher, weil wir in so kurzen Intervallen diesen Kram ins Netz schießen. Das stimmt. Das ist wirklich teilweise, sollte es strafbar sein. Ja, aber ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Und zu hören. Ganz doll. Ja. Wir haben auch wieder das ein oder andere uns überlegt. Vieles davon spontan. Und das, was ihr hören werdet, wird in der Regel nichts damit zu tun haben, weil wir dann doch von unserem Plan abweichen. Super. Also es gibt sowas wie einen Sendungsplan oder wie man das im Podcasting-Bereich so nennt. Aber das ist für uns eher eine grobe Orientierung, die wir teilweise dann auch meiden. Also ich glaube, die erfolgreichsten Podcasts haben keinen großen Plan. Wir sind übrigens ganz gut, ist mir heute aufgefallen, weil es gibt einen, so in die Apple-Richtung oder aus der Apple-Richtung so einen Podcast und der hat etwas thematisiert. Ein Tag, nachdem wir es hatten, ein Apple-Podcast, nämlich die Ausrichtung KI und das Apple-Auto gestorben ist. Und ich dachte so, boah, sind wir weit vorne oder was? Wie dolle dein Sohn am Zahn der Zeit ist. Nackt. Ich bin quasi der Zahn der Zeit. Ja, in deinem Alter kann man da langsam von sprechen. Ein strahlend weißer Schneidezahn bin ich. Warte mal. Du riechst aber auch schon nach 30. Was eine Frechheit ist, weil wir uns nicht physisch in einem Raum befinden. Somit ist das einfach nur pure Blasphemie. Blasphemie, weil ich den Gott Paul gelästert habe. Sehr gut. Sehr schön, mein Paule. Was hast du denn Schönes mitgebracht? Ich habe, Junge, es ist ja auch wirklich Arbeit. Man muss ja auch mal sagen, das Instagram-Profil, was wir nicht erstellt haben zum Podcast, das Postfach dort in diesem Instagram-Profil, das läuft über. Also ich lese quasi den ganzen Tag. Ich habe schon wirklich Probleme im Job, weil ich einfach nichts anderes mache, als diese Nachrichten zu lesen. Und viele, viele, viele Nachrichten haben mir gezwitschert. Obwohl wir nicht bei Twitter sind. Ich bin bei X, formerly known as Twitter. Da mache ich ja die Betreuung. Ach, X ist das, was Twitter war. Ja, das wissen viele nicht. Ja, das stimmt, das wäre ganz gut. Nee, verstehe ich. Aber auf jeden Fall in meinen, wie sagen die Kitze, meinen DMs, da waren so viele Hinweise darauf, dass wir ja so interessante Persönlichkeiten sind und uns gar nicht hinter irgendwelchen Themen verstecken müssen. Nein. Dass ich jetzt mal möchte, dass du mir einen Fakt über dich nennst, den wahrscheinlich die meisten nicht wissen. Das muss auch nichts Großes sein. Ein Fakt, den die meisten nicht wissen. Also nicht, dass viele Interesse an ihm hätten, aber einfach. Nee, das ist klar. Also ich unterrichte ja nebenbei und da verwende ich einen Fakt in der Vorstellungsrunde, weil ich die nicht so langweilig halten will, mache ich das in der Regel so, dass jeder irgendwie auf eine Karte was schreiben soll, wovon er ausgeht, dass die anderen das in dem Kurs nicht wissen, weil die kennen sich in der Regel schon mal ein paar Wochen, wenn ich da reinkomme. Und das ist immer blöd, die Standardvorstellungsrunde, die hassen alle. Ja. Und bringe dann so alberne Beispiele, sowas wie mein Hamster hat drei Beine, meine Eltern waren Geschwister, solche Sachen. Dann wissen sie schon, in welche Richtung ich so gehe. So. Und ich schreibe da in der Regel drauf, ich habe kyrillische Schrift auf meinem Handy als Tastatur hinterlegt. Also nicht ganz so geschliffen formuliert, aber so grob, ne? Komm nie drauf, dass ich das bin. Ach, man weiß nicht, wem der Zettel gehört dann. Ja, das wird hinterher. Ziehst du dann einen Zettel und hast zwei Versuche rauszukriegen, wer das sein könnte. Ich hoffe, im Unterricht erklärst du das vorher. Ja, selbstverständlich. Entschuldigung, ich setze zu viel voraus. Ich habe gedacht, die hört mir alle zu. Ne, da müsste ich es auch sagen. Auf jeden Fall funktioniert das echt gut. Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre mit jedem Kurs, den ich das erste Mal habe. Und das kommt gut an. Und da kommt ... Das sind die Dinge, die passieren nur im echten Leben. Jetzt hat das Handy mit mir gesprochen. Danke, Siri. Was es nicht sollte. Freundlich. Danke, Siri. Ja. Und das ist ein Fakt, den tatsächlich viele nicht wissen. Selbst wenn sie sehen, dass ich irgendwie texte und daneben stehen. Du kannst deine Schrift ja umstellen entsprechend. Das machen viele dann auf Englisch, wenn sie Englisch texten, weil es dann einfacher ist, mit der QWERTY-Tastatur als mit der QWERZ zu schreiben. Und ich habe halt zusätzlich die kyrillische, also die russische mit drauf. Ja. Ja. Wir gehen gleich gerne darauf ein, warum du das hast. Das interessiert mich nämlich auch brennend. Also, weil ich den Hintergrund kenne, aber mir nicht vorstellen kann, was es für einen praktischen Nutzen hat. Aber bevor ich mir die Enttäuschung abhole, wollte ich kurz sagen, dass ich auf dem iPhone das super stressig finde, dass bei der deutschen Tastatur, das ist auch nur auf dem iPhone, die Umlaute einzelne Tasten sind. Und dadurch verschiebt sich das ganze Keyboard so ein bisschen, dass jede Taste kleiner ist. Und die äußeren Tasten sind sehr nah am Rand. Deswegen habe ich immer standardmäßig die deutsche Tastatur so eingestellt, dass sie nicht diese Umlaute mit anzeigt. Das macht mich nämlich krank. Und wie schreibst du dann die Umlaute? Das erkennt er dann selbst, wenn du sie ausblendest. Entweder das oder halt lange drücken auf U, A oder E. E vor allem. Na gut, dann machst du ja, wenn du swipest, dann macht das ja keinen Sinn. Nee, dann ist egal. Dann erkennt er es selbst. Ah, okay. Das ist ja witzig. Ja gut, hat mich nicht gestört. Mir ist noch nie aufgefallen. Krass. Habe ich nicht drüber nachgedacht? Ich weiß, dass die da sind, aber dass das nicht standard ist. Du hast auch schon lange iPhone jetzt. Aber ich jetzt auch gerade, als ich vom Piction kam, habe ich so gedacht, Junge, ich weiß gar nicht, wo die Knöpfe sind. Das sind wieder Probleme, oder? Ey. Aber sag mal, erklär mir doch mal, warum du die kyrillische Tastatur aktiviert hast auf deinem Telefon. Naja, ich habe irgendwann mal so ungefähr, da war ich sogar noch jünger als du, ein paar Semester auf Lehramt studiert, Deutsch-Russisch, wie du weißt. Und davon übrig geblieben sind noch etwas mehr als rudimentäre Russischkenntnisse. Und es gibt so eins, zwei Leute, die ich aus der russischen Bubble so kenne. Und da schmeiße ich ganz gern mal das eine oder andere russische Wort rein. Und das kannst du nicht vernünftig transliterieren, in lateinische Schrift geht. Aber da wird jeder Russe sagen, was willst du von mir? Deswegen ist ganz easy, wenn man es lesen kann und schreiben kann, warum soll man dann nicht auch die Schrift auf dem Handy verwenden? Das ist eigentlich schon alles. Und meinst du mit russische Bubble jetzt Ex-KommilitonInnen oder? Ne, tatsächlich Deutsch-Russen. Ah ja. Die ich so von hier und da kenne. Die man so aufsammelt, man kennt's. Die man so aufsammelt. Ja, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich dann sprachlich in der Richtung den Kontakt auch schneller knüpfe. Die sprechen zwar mit mir schon Deutsch, aber ist halt witzig, wenn ich da ab und zu mal was einwerfe oder verstehe, wenn sie irgendwie fluchen oder so. Das ist schon ganz witzig. Voll. Der eine sammelt Deutsch-Russen, der andere hatte Fachchinesen im Hinterkopf. Ja. Es ist wie so eine richtige Konifere. Wie so eine richtige Konifere. Ja, dann möchte ich von dir auch so einen Fakt. Ach so. Ja, wenn, wer es lostritt. An der Stelle möchte ich auch kurz mal sprechen über das Sprichwort. Man sagt ja mit gehangen, mit gefangen, ja? Oh. Oh nein, ja, eben nicht. Das ergibt doch gar kein Thema. Man müsste doch erst gefangen werden, um gehängt zu werden. Ja, aber es sagen alle falsch, Paul. Wirklich? Genau das ist das Problem. Ja, es heißt mit gefangen, mit gehangen. Und irgendwann hat sich das aber, weil es jeder falsch sagt und kaum einem auffällt. Oh. Und wenn du dann, so wie jetzt, einer drüber nachdenkt, das ist ja unsinnig, das geht ja gar nicht. Korrekt. Ihr sagt es ja auch alle falsch. Richtig heißt es mit gefangen, mit gehangen. Also sowas heiße ich wirklich richtig. Wenn man einfach aus Nicht-Denken sich die eigene Sprache so versaut. Weißt du, wie ich meine? Ja. Du kannst es ja gerne sagen. Also selbst wenn du es richtig sagst, das ist jetzt keine herausragende Leistung und es ist trotzdem immer noch ein dummer Spruch. Aber wenigstens korrekt. Ja. Das ist übrigens einer der Sprüche, deswegen finde ich es jetzt mega witzig, dass du den bringst. So im letzten Jahr hat er mindestens zehnmal bei mir nicht gezeigtes Augenrollen verursacht, wenn irgendeiner das verkehrt gesagt hat. Ah krass, das ist ja witzig. Ja, tatsächlich. Na groß. Ah, guck mal. Bevor ich den Fakt bringe, können wir noch ein kurzes Getränke-Update bringen. Was trinkst du heute? Ähm, Heineken am Start. Heineken am Start. Ich habe einen ganz exquisiten Rotwein und zwar habe ich gelernt in dem Zuge, ähm, Nele hat den, Nele hat den besorgt. Nele hat den Wein besorgt und ich dachte, äh, also wir kaufen eigentlich 99% Weißwein und da sind wir auch beide davon ausgegangen, dass es weißer ist und es war irgendwie dauerhaft in so einer Lichtsituation und dadurch, dass man es halt auch im Kopf nicht in Frage gestellt hat, ne? Und dann gestern Abend bei mir sagt sie, oh, jetzt so kurz vorm Inschlafen, äh, mal noch einen kleinen Schluck Wein. Da habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Und dann haben wir, äh, jeder ganz kleinen Schluck Wein getrunken und dann gieße ich das so ein. Wir waren beide so, ah, perfekt, der ist rot. Weil, äh, Cabernet Sauvignon ist wohl die rote Variante und Sauvignon Blanc könnte man sich auch denken. Ja, das sagt der Name. Ähm, aber du hast für einen Moment gedacht, dass du Wasser zu Wein verwandelt hast, oder? Für einen Moment dachte ich, es ist soweit. Endlich werde ich als das gefeiert, was ich wirklich bin. Der Highland. Ein Fakt, äh, 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 Ja, sehr zum Wohl. Ja, ein Fakt. Ich bin, ich, es würde mich jetzt sehr freuen, wenn ich das erzähle, dass du das auch nicht weißt und das dann so ein, ich dir das erklären muss. Aber ich, es kann auch gut sein, dass du dich dran erinnerst. Hm. Ich habe mal im Beisein meines Vaters gestohlen. Hey. Ich erinnere mich deutlich. Ah, schön. Schön. Bitte, it's your story. Also, wir waren im Mercedes-Autohaus. Nein. Wir waren, wir waren, äh, Du redest jetzt von der S-Klasse? Ja, das ist ja nicht. Ja, die hast du aber nicht zurückgebracht. Ja. Das wäre auch Quatsch. So. Nee, ich spreche von, äh, wir waren im Buchland. Und... Du sagst jetzt bitte keine Marke, nicht, dass uns irgendeiner hört. Es ist eine kleine Stadt, ne? Mhm. Da muss man wirklich aufklassen. Ja. Also, wir waren im, äh, im hiesigen Buchfachhandel und haben uns dort umgeschaut. Ich war, wie alt war ich? Zehn? Neun? Höchstens. Ja. Eher neun, ja. Sagen wir neun. Neun ist immer ein gutes Alter für eine Story, weiß ich ja. Mhm. Ja, das stimmt. Grüße gehen raus an die Pädophilen. Schluss jetzt. Mit, mit der komischen Witze. Jetzt bitte keine, das ist, äh, ja. Nächster. Und da waren wir im Buchladen, habe ich, glaube ich, schon mal durchklingen lassen. Und ich habe mir, äh, ein Buch aussuchen dürfen und diese, diese Aufgabe habe ich natürlich auch sehr ernst genommen und bin dann, äh, zu den Buchregalen, die mich sehr interessiert haben, äh, und habe dort geguckt und hatte dann relativ schnell meine Wahl getroffen. Nein, 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 du hattest schnell ein Buch in der Hand. Ich weiß nicht, ob zum Schluss das, das Buch war, aber diese Geschichte da drin in dem Buchladen, die dir jetzt so kurz vorkommt, wir waren zwei Stunden, gut, das Ding hat drei Stockwerke und ich habe auch ein bisschen geguckt und gesucht und gelesen, aber wir waren zwei Stunden Minimum in diesem Buchladen. Mhm. So, sieht mir ähnlich. Daher auch die Geschichte, die jetzt kommt. Ähm, sehr lange waren wir drin und an der Kasse wurden, äh, diverse, naja, Waren bezahlt. Ähm, jedoch das eine Buch, was ich in der Hand hatte, das hat den Weg so mit rausgeschafft und irgendwann 50, 100 Meter äh, später fiel es mir auf. Und weil mein Vater so eine, seine Vorbildfunktion so ernst nimmt, ähm, haben wir das auch dabei belassen. Ja, ich musste dir doch fürs Leben beibringen. So. Ähm, ja, das war, das war, ich war komplett perplex. Ich war komplett perplex und, ähm, Wow, du sagst es jetzt aber auch so als, als hätte ich es. So schön, nee, ich will das jetzt im Nachhinein gar nicht mehr schönreden und rechtfertigen. Das war die falsche Entscheidung, ähm, die du da getroffen hast in deinem Alter von neun Jahren. Nein, das war einfach, du hattest in der Hand und ich hab's auch überhaupt nicht wahrgenommen und du natürlich auch nicht und dann irgendwann draußen so, äh, ja. Dann, äh, also eigentlich wäre es nicht zu spät gewesen, aber aus einem falschen Impuls heraus sind wir dann weitergegangen. Na, meine Damen und Herren, verdammt. Also, wer, wer von euch wäre denn zurückgelaufen, ja? Auch mal Hand aufs Herz, auf keinen Fall, Alter. Ja, Hand aufs Buch, mal drüber nachdenken. So. Ja. Stimmt, diese Story hatte ich, ja, verdrängt will ich nicht sagen, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich es bildlich vor Augen. Ich glaube, wenn man in seiner Vaterrolle so versagt, kann man das schon mal gern verdrängen nennen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, mein Bruder war schuld, der war dabei. Stimmt, Andreas hätte auch einschreiten müssen. Ja, definitiv als guter Onkel. Der hat es einfach, der hat es einfach passieren lassen auch. Ich werde aber mit ihm drüber reden müssen. Das ist kein gutes, ich denke, der Umgang mit ihm, den sollte ich auch einschränken. Definitiv, das ist nicht gesund. Ja. Früh zum, die kriminelle Energie wurde früh geeicht. Ja, kein Wunder, dass aus dir nichts geworden ist. Ja. Man hat den Grundstein sehr früh gelegt. Nächste Woche gucken wir doch mal, was mit acht Jahren los war, Freunde. Das wird immer schlimmer, ne? Wird immer schlimmer. Ich habe noch eine Frage an dich. Einfach aus reiner Menschlichkeit, Nächstenliebe. Möchte ich fragen. Also für alle da draußen, die uns das erste Mal hören, das ist ironisch gemeint. Aber okay. Wer die dritte Folge jetzt wirklich schon hört, hat es begriffen. Hör mal zu. Ich meine es immer gut mit dir. Ja, selbstverständlich. Und deswegen interessiert mich auch brennend, wie es dir die letzten Tage ergangen ist. Ohne, dass wir uns gehört haben. Stimmt. Och, war ganz schön. Das Übliche in der Arbeit, da müssen wir nicht ins Detail gehen, in meiner netten ehrenamtlichen Funktion als Bürgerbusfahrer, was ich natürlich aufgrund meiner hauptberuflichen Tätigkeit nur sehr selten wahrnehmen kann. Was ist denn? Die meisten Bürgerbusfahrer sind Was ist denn der Bürgerbus? Ja, also im ländlichen Raum ist es ja so, dass der ÖPNV halt sehr selten fährt. Und da gibt es Lücken und das ist gerade für die ältere Bevölkerung ein tatsächliches Problem, dann irgendwie vom kleinen Nachbarort oder vom Ortsrand in die Ortsmitte zu kommen zum Einkaufen, zum Arzt. Die üblichen Geschichten. Und in diese Lücke sprengt ein Bürgerbus. Und das ist so ein Konstrukt, das machen Ehrenamtliche. Die kriegen eine Förderung in der Regel von irgendwelchen Kommunen und öffentlichen Trägern oder vom Land in Teilen und beschaffen dann einen Bus oder irgendwas Vergleichbares. Ronnies Pickup tut es auch, ja, ein paar Kissen drin. Ja, Ronnies Pickup tut es auch, muss der Omi hinten raufschieben und dann läuft das Kopftuch auf und go. Warum Kopftuch? Naja, und dann wegen Wind und so. Die Frisur. Kennst du das nicht früher? Ja, der Kopftuch ist ja keine muslimische Nummer. Meine Oma hat so ein Ding auch noch getragen, wenn es windig war. Das ist gar nicht so weit hergeholt. So, auf jeden Fall, diesen Bus kann ich natürlich in der Woche nicht so oft fahren und da gibt es ab und an neben den Linienfahrten, die eingebunden sind ins Liniensystem, auch so Sonderfahrten, damit die sich ein bisschen Zusatz finanzieren können, weil die Kosten für so einen Bus sind nicht unerheblich. Dieselsteuer, bla und blub. Also Diesel, Komma, Steuer, bla und blub. Auf jeden Fall gab es da so eine Sonderfahrt und da hat so eine Truppe von acht Leuten gebucht, in die nächste Stadt zu fahren, abends, zu einem Griechen. Warte, ich ahnte schon, als sie Grieche sagte. Bedeutet das, angenommen, ich würde bei dir im Ort oder Kreis wohnen, was ich nicht tue, zur Aufklärung, ja? Ja, sicherheitshalber. Da frage ich mich, könnte ich dann, schreibt ihr dann aus, ihr macht Sonderfahrten und dann rufe ich da an und sage ich mit meinen drei Leuten, wir würden uns gerne hackedicht saufen im Nachbarort. Ja, das ist quasi Mundpropaganda, Facebook-Seite, Webseite, da kannst du das sehen und eine Webseite? Ja. Oh, ich gehe feste groß, die musst du mir umgegeben. Die wird gerade umgestellt, die kann man hier gerade gar nicht nennen, die wird nämlich gerade umgestellt, da sind auch falsche Mailadressen, sowas drin, wie das so ist, wenn, ich sage mal, vorwiegend ältere Leute, die mit diesem Medium so weit vertraut sind, wie Facebook dich lenkt und das meine ich gar nicht böse, wenn einer von euch da draußen zuhört, alles gut, aber du merkst halt, dass es da ein paar Hürden gibt und da wird so eine Webseite halt nicht oder wenig gepflegt und dann sind die Webadressen, nehme ich mal an, ich mache eine schöne, ich mache eine schöne, guten Reisen. Nee, wir haben, das läuft schon, das Problem ist, du musst das ja noch pflegen und aktuell halten und ja. Immer schön weiter abrechnen, wie es läuft. Ganz genau. Naja, auf jeden Fall ist dann so eine Fahrt und die habe ich dann gefahren, den nächsten Ort, alles ganz nett und sittlich, das ist so ein, irgendwie so eine Vereinsgeschichte halt und dann war die vereinbarte Abholzeit. Vom Griechen zurück. Wann war denn die Abholzeit? Wie lange war es denn? Die war recht früh. Ja, der Griecher hat irgendwie bis halb elf auf, es war irgendwie gegen zehn. Aber wir haben es geschafft, in vier Stunden einen Füllstein zu erreichen, für den musste sich keiner schämen. Der hätte Mutti stolz gemacht. Unter drei Promille kommt der Kino an meinem Bus. Nee, nee, bei diesem Griechen ist das, ja, ich hatte eher so Angst, ich muss Tüten ausgeben. Bei diesem Griechen ist es auch so, der stellt diese kleinen, sehen aus wie Vasen, diese kleinen Kelche, wo du irgendwie nachgießen kannst hin, eisgekühlt und die werden da im Minutentakt erneuert. Und so lief das. Bist du so ein Uso-Trinker? Haust du dir Uso rein beim Griechen? Gar nicht. Gar nicht. Ja, ich trinke mal ein, aber das war's. Junge, Uso finde ich so ekelhaft. Es gibt einen mit Kaffee. In der Kaffee-Likör-Note. Ja, ich weiß, Kaffee und ich. Der ist richtig edel. Der ist natürlich... Likor, Kaffee oder so. Richtig geiles Zeug. Ich brauche, ich höre Kaffee, ich bin froh. Da bin ich dabei, ja. Nee, aber schön, da hast du die Besoffenen. Wie viele Kilometer, wie lange waren die bei dir im Bus? Habt ihr ein bisschen gefeiert noch? 20, 25 Minuten und es war... Ja, es war... Nicht ohne. Schön, da wird erst mal schön Markus-Jürgen-Dreefs-Platte aus dem Handschuhfach greifen, rein in den Achtfach-CD-Wechsler und da fährt der Bang-Bass zurück. Gibt's da nicht. Ich hatte Radio an, weil sie das wollten und nach drei Minuten sollte ich's wieder ausmachen, weil die sangen laut. Das Niedersachsen-Lied und was nicht... Aber richtig, richtig laut und richtig viel. Moment, du kannst hier nicht so heißen Scheiß-Droppen ohne drauf einzugehen. Das Niedersachsen-Lied? Ja, wir sind die Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen. Ich singe jetzt nicht, aber das wäre der Text. Nein. Doch. Nein. Doch. Jeder Landstrich hat sein Lied. Ja. Ich hoffe wirklich aus... In Sachsen gibt's sowas auch. Stimmt. Nee, schön. Jetzt ist er fertig. Also das mit dem Niedersachsen... Also pass mal auf, was ich mir überlegt hab. Mhm. Wir haben ja auch irgendwo, und das ist ja auch vielleicht mehrfach durchgekommen, einen Bildungsauftrag hier zu erfüllen. Das ist korrekt. Und ich als Sohn einer Teilzeit-Lehrkraft nehme das natürlich auch besonders ernst. Und daher muss ich sagen, ich möchte, dass wir in den... Guck mal, in der letzten Folge, wer die gehört hat, ja? Wer nicht, du alberner Drecksack. Aber wenn du sie gehört hast, weißt du, ich habe bestimmt fünfmal gesagt, ja, hier Link und da habe ich gesehen und bla. Und am Ende, was ist draus geworden? Da könnt ihr mal fest verraten. Habe ich irgendwas verschickt? Nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts habe ich gekriegt. Nichts kam an der anderen Seite an. Deswegen gibt es ja sogenannte, und das sagt man ja auch so gerne im Podcast-Business, Show Notes. Und da hauen wir jetzt alles rein, was eine Verbindung zum Internet hat. Ich würde mich sogar anbieten, diese Verweise während des Podcasts zu notieren, damit wir wirklich nichts vergessen können, weil ich das so ernst nehme. Wunderbar. Also, das Niedersachsen-Lied finden wir garantiert auf YouTube. Kann ich einen schicken Link reinpacken. Gar kein Problem. So. Das finde ich wichtig auch. Ja, ich finde das Bildungsauftrag, damit man, und wenn, ich meine auch wenn Niedersachsen zu hören, warte mal, wie war der Text? Ich kriege ihn nicht ganz zusammen, weil da, wo ich aufgehört habe, zu rezitieren, ist bei dem meisten Schluss. Heißt also, das kann man dann auffrischen. Finde ich gut, finde ich wichtig. Wir haben einen Bildungsauftrag. Das ist korrekt. So. Und weil wir den haben, also, ich würde einfach mal deine Woche kurz unterbrechen mit einer Mini-Rubrik. die ich gerade erfunden habe. Sehr gut. Und die möchte ich jetzt auch gerne jede Woche durchführen mit so ein bis zwei kleinen Fakten über Tiere. Oh. Und zwar nicht irgendwelche Fakten, meine Damen und Herren, sondern Fakten, da krempeln euch aber alle Dinge hoch, die sich krempeln lassen. Und das heißt wahrscheinlich nur Tierfakten, weil die alle Mindfuck sind. Okay, es war nicht das beste Wortspiel, aber es war ein Versuch. So. Das erste Tier, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, es sind zwei verschiedene Tiere aus ganz unterschiedlichen Regionen. Wir fangen an mit dem Nashorn. Aha. Ein wunderschönes Tier, stark bedroht, wirklich schöne Tiere. Hast du eine Verbindung zu Nashörnern? Emotional? Eine Verbindung wäre zu viel. Ich finde sie tatsächlich sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend und ich weiß, dass sie unglaublich stark sind. Die sind stark, ja. Die sind auch sehr furchtlos. Wenn man mal so Videos sich anschaut, das ist denen alles egal. Aber wenn ich so eine fette Haut hätte, wäre mir, glaube ich, auch alles egal. Und was die ja noch haben. Und so ein Horn im Gesicht. Ich meine, dann bist du der Checker. Sehr kreativ waren wir auch bei der Benennung. Das Nashorn. Wow. Ja, das stimmt. Da muss man erst mal um die Ecke denken und drauf kommen, welches Tier jetzt gemeint sein könnte. Einfach ein bisschen auch mal ein bisschen bildlich sprechen. Nicht immer so kompliziert. Horn, Nase, Nashorn. Fertig. So. Nächste Tier, gib mir noch eins zum Benennen. Ich bin gerade dabei. Komm hin. Und das Nashorn wussten vielleicht viele nicht. Rein technisch gesehen besteht das Horn aus Haaren. Denn es besteht aus derselben Zusammensetzung, nämlich aus Proteinen. Und diese Proteine, dieses Hauptprotein, was da drin ist, ist das Kreatin. Und das ist auch Hauptbestandteil der Haare. Hm. Ja, das ist mein erster Fakt über das Nashorn. Du dumm. Nicht schlecht. Der zweite Fakt, beschäftigt sich mit einem meiner Lieblingstiere. Und zwar ganz allgemein gesprochen mit dem Hai. Ich wusste es. Da hätte ich jetzt meine Füße drauf verwettet. Das sind volle Tiere. Und das wäre ein ziemlich großer Wetteinsatz. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Schuhgröße haben wir nicht. Ja, korrekt. So heißt die. Geh in klassischen Schuhladen. Haben wir nicht. Ist korrekt. Obwohl ich sagen muss, dass ich das Problem wirklich gar nicht habe. Ja, Gott sei Dank. Du bist ja auch ein, zwei Größen drunter. Ein, zwei Größen? Also, welche Schuhgröße hast du? 47. Das ist genau das, was ich in der zweiten Folge meinte, mit dieser ein, zwei Zentimeter, auf die keiner Bock hat, die einfach nur nicht. Ja, genau. Das ist einfach unpraktisch. Ja, das stimmt. In den Standardschuhläden, wo ihr wahrscheinlich hingeht, was ich auch gern tun würde, so Quick-Shoe, Schuh-For-You, irgend so ein Zeugs. Das endet alles bei. Ja, gibt es wirklich. Habe ich neulich erst gesehen. Ihr wart in Hannover irgendwie mit den Mädels shoppen und da gab es so einen Laden. Da waren sie alle drin, haben sich Sneaker angeguckt und ich bin durch und dachte so, oh, die hätten sogar Schuhe für mich. Und dann sehe ich welche, die mir gefallen. Genau mein Style. Und denke so, 46 ist Ende. Und dann habe ich mich wieder umgedreht und habe den Mädels beim Schuhe kaufen zugeguckt. Du machst mich wirklich fertig. Du kannst doch nicht für Schuhläden, in die jeder Mann geht, irgend so einen Nischen-Sneakerladen aus Hannover City nennen. Was ist Schuh-For-You? Mhm. Interessant. Auf jeden Fall, in gängigen Schuhläden ist tatsächlich meist 46 die Grenze. Ja. Und genau die habe ich. Da bin ich also sehr froh. Das ist wirklich sehr angenehm. Bei Sportschuhen aber nicht, oder? Wie, Sportschuhe? Bei Sportschuhen passt dir auch eine 46? Ich besitze keine Sportschuhe. Du hast nur Sneaker, meinst du? Ich bin auch wirklich jemand, der Schuhe trägt und dann halt, bis sie kaputt gehen. Jetzt gerade habe ich mit die meisten Schuhe, die ich in meinem Leben je besessen habe. Das sind nämlich, ich weiß, ey, bevor ihr mich wieder bei Instagram alle ... Das klingt jetzt so, als hätte das Kind nichts gekriegt. Aber so ist es, ja. Erzähl. Bevor ihr mich alle nervt, wieder bei Instagram. Jetzt aber auch wirklich mal Füße auf den Tisch. Ich habe ein paar Sternburg-Schlappen für drin, selbstverständlich. Was sind denn Sternburg-Schlappen? Das ist, kommen wir wieder zum Nashorn, das sind Schlappen mit dem Sternburg-Logo drauf. Ah, es gibt also eine Marke, die Sternburg heißt, oder was? Hä? Sternburg-Bier merke ich mir. Sorry, Sachsen, oder was? Die Brauerei, die ist hier fußläufig erreichbar. Also Sternburg sollte jedem da draußen der Begriff sein. Da werde ich gleich laut. Okay, also Leute, werfe den ersten Stein, wenn du keine Sternburg-Schlappen hast. Ey, großartig sind die. Ja, das denke ich. Die Sternburg-Schlappen habe ich. Ein paar weiße Sneaker, ein paar schwarze Sneaker und ein paar Doc Martens. Jetzt bin ich beeindruckt. So viele Schuhe habe ich dich tatsächlich noch nie besitzen sehen. Das ist erstaunlich, oder? Ja, kauf dir neue Schuhe. Ne, wie tut ich denn das? Ja, ist okay. Ja, wirklich. Ja. Ist halt auch Quatsch. Das Ding ist auch, ich habe, also ich glaube, die Doc Martens werde ich erst aufhören zu tragen, wenn es wirklich lächerlich viel zu warm dafür wird, weil das ist einfach großartig. Stimmt. Sind sie aber wirklich. Das ist einfach bequem. So, super. So einen Laden gab es da auch in Hannover, aber da war ich nicht drin. Gibt es einen Laden auch, ja, super. Ja. Aber so, ja. Da, wo du herkommst. Mit den Schuhen wollte ich auch bloß sagen, die wären nicht komisch da drüben, ne? Wir sind die Niedersachsen. Also, ich wollte damit nur sagen, bei Sportschuhen, du bist ja genau auf der Größengrenze, 46, und bei mir ist es so, egal welche Größe ich hätte, es wäre bei Sportschuhen ein größer. ich brauche halt so Sportschuhe, eine 48. Aber ist das so eine Faustregel aus den 80ern oder ist das wirklich so? Bei mir ist es so. Vielleicht habe ich ja so krumme Füße. Wahrscheinlich. Also, ich habe in 47 mir Schuhe, geht nicht. Also, im Zweifel würde ich immer eher dich als die Industrie dafür verantwortlich machen. Finde ich jetzt nicht ganz nett. Kommen wir zum zweiten Tier. Ja, okay. Zweites Tier, der Hai. Das können wir auch, das können wir anders. Wir können das auch unterlegen mit sowas. Entschuldigung. Tierfakten mit Paul. Wir können das auch ein bisschen langsamer. Tierfakten mit Paul. Das müssen wir bloß noch aussteuern, alles wird gut. Ja. Und zwar ist, genau, das zweite Tier ist der Hai, egal welcher Hai auch. Ich will auch euch gar nicht so lange damit auf den Sack gehen. Ich rede einfach gerne über Dinge, die mich interessieren, wo mir das Umfeld auch relativ schnell egal ist. Deswegen rede ich auch viel über Haie. Und Haie haben ja, das ist, glaube ich, den meisten ein Begriff, ein Revolvergebiss. Bedeutet, dass die Zähne so angeordnet sind, dass die quasi, die wachsen dauerhaft und bilden sich im, quasi im Mundinneren, bilden sich die kleinen Ansätze und während die wachsen, schieben die sich immer weiter nach vorne, auch durch die Abnutzung. Wenn der Hai frisst, die sind nicht sehr fest im Körper des Hais verwachsen, dann fallen die gerne mal aus und es kommt quasi die nächste Gebissreihe, die nachrutscht. Und jetzt habe ich es gerade quasi schon angeteasert, im Inneren des Hais beginnen diese Zähne zu wachsen, in ganz klein und auch da, wo du außen die großen Zähne siehst vom Hai, werden die kleiner werdend, wachsen die weiter. Quasi an der Außenhülle des Hais entlang. Also per se besteht der ganze Hai außen aus demselben Material, wie seine Zähne auch bestehen und es sind quasi immer kleiner werdende Zähne. Es ist dasselbe Material und auch eine ähnliche Form. es ist ganz krass. Ist ja witzig. Dieser ganze Revolvergebissmechanismus zieht sich basically durch den ganzen Körper. Über den Hai. Ja. Aber du hast gesagt, das sind kleine Zähne, die dann immer größer werden im Laufe der Zeit, weil sie wachsen. Das heißt, ein ausgewachsener Hai hat schon Baby-Haizähne. Ja. Ja. Toll. Das ist ein schöner Faktor. Der hat fünf Milchzähne quasi. Fühle ich gut. Fühle ich auch gut. Guck mal, der Hai, ein Hai, Hilfe, ein Hai, mach dir keine Sorgen, der hat Baby-Haizähne. Der hat noch eine Milchgebiss und außerdem dir kann nichts passieren. Wenn du mal auch weißer Hai googelst und dir so ein wirklich ganz klassisches Foto anschaust, wo du auf die Schnauze guckst, die sehen immer aus, als würden die lächeln. Das sind frohe Gesellen. Wahrscheinlich suchen die bloß Freunde zum Spielen und die Art und Weise, wie sie spielen, ist halt anders. Ich glaube, die haben einfach eine gute Zeit im Ozean. Nein, guck mal, wie viele Tiere hassen wir denn für das, was sie fressen? Also, am Ende mögen wir den Hai nicht, Da müssten wir uns selbst ja eigentlich hassen, was wir so alles essen. Ja, wenn wir Deep, Bro, Deep. Aber der, grundsätzlich ist ja so, dass wir den Hai in so eine Stellung geschoben haben und ihn einfach für Dinge nicht mögen, die Millionen andere Tiere eigentlich auch machen. Naja, das ist ein Raubtier. Das Problem, glaube ich, ist einfach nur, dass der Mensch im Regelfall in der heutigen Zeit kein Opfer mehr von Wildtierangriffen wird. Das passiert so selten, weil wir alles besiedelt haben, weil wir uns schützen mit Mauern, mit Zäunen, mit Abholzung. Also, ein Wolf, der mal durchs Dorf läuft, geht ja mindestens drei Wochen durch die Zeitung und dabei hat er sich verlaufen oder hat einfach nur nachts an der Mülltonne was gesucht, oder? So, und, aber da, wo wir Urlaub machen und schwimmen in warmen Gewässern, dann wollen wir natürlich auch sicher sein, aber diese Sicherheit ist natürlich trügerisch, weil du sie nicht 100% herstellen kannst, mit allen Haisperren, was auch immer. Und dann ist natürlich so ein Haiangriff zwar sehr selten, aber mega blutig. Und wenn jemand sowas überlebt hat, sieht man ihm das auch an. Das heißt also, der trägt es dann entsprechend in die Welt und dementsprechend einen Impact hat so eine Geschichte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dich im Bus überfährt, ist ein Vielfaches höher, aber der Hai ist halt muh. Das ist die bessere Story. Das ist die bessere Story. Und die ist auch blutiger. Es sterben im Jahr mehr Leute durch Kühe als durch Haie, aber das ist halt keine Story. Ja. Wenn dich oben wer fragt, Junge... Diese blutrünstigen Kühe kennt man aber auch. Oh, furchtbar, Junge. Ja. Ich weiß. Immer dieser Zweikampf auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Wir haben das ja hier häufiger. Auf dem Land, ja. Sehr ländlich, ja. Was hier mit Kühen alles passiert, wenn die Leute darüber mal schreiben würden. Das ist schon unnormal. Übrigens, ganz kurz dazu, wo ich gerade sehe, wie lange wir aufnehmen. Um Gottes Willen, ja. Es ist schon mehr unerträglich und deswegen muss ich auch mal ein bisschen Leidensdruck jetzt auch... Ja, wir müssen mal hier so langsam zur Potte kommen. Genau, ich wollte nämlich vorher noch sagen, es ist wirklich wichtig, dass wir nicht diese eine Stunde 20 noch mal machen. Also, ich habe es wirklich gerne gehört, aber ich bin auch wirklich sehr egozentrisch unterwegs und deswegen ist das immer so ein Ding. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir sind sehr, sehr, sehr voll mit Themen. Also eigentlich nicht, aber ich würde es mal gerne so aussehen lassen. Deswegen würde ich gleich mal anfangen mit einem super tollen Thema. Hast du mitbekommen, Papa? Ja. Dass die, äh, die Kabel, die super wichtigen Übersee-Datenkabel im Roten Meer zerstört worden sind zum Großteil? Nee, tatsächlich nicht. Das, diese Meldungen sind mir vorbei und ich habe tatsächlich ja nochmal so ein bisschen geguckt, einen Überblick über Meldungen mir verschafft, aber das nicht. Erzähl. Die ist sehr, sehr aktuell und die Hoheit über das Gebiet, wo diese Kabel liegen, liegt, ähm, ich glaube, es ist Jemen und im Jemen haben wir vorher schon, glaube ich, gerade diese Houthi-Milits an der Macht. Korrekt. Und die, ähm, ja, die sagen, sie waren es nicht, haben aber, glaube ich, schon vor einer Weile angekündigt, dass sie das irgendwie vorhaben, da zu sabotieren, etc. Ähm, ja, es wird jetzt, also jetzt haben wir zwei große Unternehmen, ich glaube, Ccom und noch irgendjemand, die jetzt gerade beziehungsweise dabei sind, die Datenströme so gut es geht umzuleiten. Ähm, also der Impact am Ende jetzt für alle ist, ähm, gestörter Datenaustausch zwischen, äh, Asien und der westlichen Welt in großen Teilen einfach. Ähm, kann man natürlich nie pauschalisieren, ne, wir haben viele Wege, auf denen das funktioniert, aber so ein, also die Kabel, die wir verlegt haben, äh, auf dem Globus, wenn die kaputt gehen, ist schon eine relativ ernste Sache. Ähm, und, ja, wild auf jeden Fall, das wird gerade umgeleitet, die Houthi sagen, sie waren es nicht, ähm, wir sagen. Ich stelle mir das gerade schwierig für uns vor doppelt. Einmal, gut, wir haben natürlich immer so ein falsches Bild von, äh, Entwicklungsland im Kopf, wenn irgendeiner was Afrikanisches nennt, ne, so muss es ja auch nicht immer sein, oder ist es ja häufig auch nicht. Aber trotzdem, egal wie weit, ich stelle mir das schwierig vor, so Tiefseekabel mal eben kaputt zu machen. Das, das passiert halt nicht einfach so und zweitens ist ja auch das, also erstens mal ist das ja, ne, muss man sich ja auch mal vorstellen, das ist ja kein Kabel, wie es hier in der Wohnung liegt, ne, das ist ja schon ein Kaventsmann. Ja. Und dieser, äh, besagte Kaventsmann, das ist ja ein sehr schönes Wort, dem müssen wir, glaube ich, auch mal auf den Grund gehen. Den müssen wir, ja, auf den Grund gehen, Kaventsmann am Meeresboden. Erklären wir euch, was ein Kaventsmann ist, für alle, die es nicht wissen. Wow. Ey, Wahnsinn, der Bildungsauftrag, der sprudelt über, auch mal Gang zurückschalten, ja. Ja, Entschuldigung. Ähm, das, äh, Problem ist auch, dass CECOM gesagt hat, ähm, dass die, ähm, jetzt erklärtes Problem haben, weil mit einem Land, wo die Houthi das Sagen haben, also, eine islamistische, basically, naja, Miliz. Ja, genau. Ähm, ist es jetzt auch nicht so leicht mit einer Genehmigung, ne, die werden da jetzt nicht so gerne viel erteilt und auch nicht schnell, die haben gesagt, die können halt frühestens in ein paar Monaten gucken, was ist der Schaden, was können wir machen, das dauert halt alles übelste Sorte lang, ähm, und das ist halt auch so das Ding, wo ich drüber nachgedacht habe, warum ich das mit reingenommen habe, ist, ähm, dass wir am Ende auch wirklich in vielerlei Hinsicht, und das hatten wir ja letzte Woche auch schon so ein bisschen, doll abhängig davon sind, dass einfach alle Menschen klarkommen. Weißt du, wie ich meine? Du hast jetzt so eine Gruppe dabei, die einfach sagt, nee, wir machen jetzt hier ein bisschen Rambazamba und machen hier mal ein bisschen äh, kaputt, die Infrastruktur, da sieht es aber ganz schnell auch schwierig aus, weil du dann halt auch gerade, gerade was so infrastrukturelle Sachen angeht, du ja ganz schnell auch so ein Ungleichgewicht schaffen kannst, ne? Ne, über den Blackout denken ja jetzt alle immer so viel nach und man versucht sich da zu rüsten, aber so ein Daten-Blackout ist auch kein Spaß, wenn du da die richtigen Verbindungen Richtung Übersee nach Amerika rüber oder eben auch diese Verbindung gezielt angreifst und kapst, dann hast du äh, schon mal eine Menge komplett abgeschaltet und, 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 äh, eine Menge Schaden angerichtet. Ja. Und zwar nicht nur im materiellen Sinne. Ja, ist auf jeden Fall ganz frisch, die Meldung. Fand ich sehr spannend. Ähm, wollte ich einfach mal kurz ansprechen. Ja. Heftig. Wir haben noch eine Technik-Nummer. Was? Reden wir über Technik in dem Podcast? Für alle unsere Technik-Friends. Ab und zu, ja, so ein bisschen, es kommt, äh, wahrscheinlich am 7. irgendwo in dem Dreh rum, also in den nächsten Tagen, irgendwann nächste Woche spätestens, ein Update für, die, das Betriebssystem vom iPhone, iOS raus. Ich glaube, das ist Quatsch, was du sagst. Ich glaube, das kommt, äh, heute oder morgen, beziehungsweise ist schon freigeschaltet, oder? Ich glaube nicht, dass das schon frei ist. Also Leute, wir machen das jetzt hier live. Wir gucken einfach mal, ob es schon da ist. Ich hab's, mein Freund. Hier, ich sag's doch. Siehst du, so sind wir, so aktuell sind wir. Am Zahn der Zeit. Wie oft muss ich es noch sein? Alles gleich. Tatsächlich. Gibt's schon. Also, und da kommen so Geschichten. Ganz kurz, ganz kurz. Ich hab's vorher gesagt, äh, nicht zu dir, aber ich hab's ausgesprochen, weil ich hab ja hier die Liste gesehen, in die du Sachen fleißig eingetragen hast, und da hab ich gesagt, also, iOS 17.4, ne? We're not talking iOS 18 oder something big, ja? iOS 17.4. Was möchtest du mir dazu jetzt sagen? Nichts daran ist spannend. Ja, doch. Die schrauben ein bisschen, ein bisschen an Siri. Und neulich war das ja noch so eine, so eine Info wie, naja, gut, Siri ist dumm. Und dann haben wir ja schon festgestellt, das, was sie können muss, macht sie aber gar nicht so schlecht. Das stimmt. Und dass, ähm, KI ja so ein bisschen am, am werden ist, auch bei Apple. Gut, jetzt kommt kein großes Update für KI, keine Frage. Jetzt abgesehen von der KI.de implementiert ist in jedem System hier. Ähm, aber du kannst Siri jetzt anders starten, indem du wahlweise, hey Siri oder einfach nur Siri sagst. Das ist aber tatsächlich. Ich hoffe, ich hab jetzt nichts ausgelöst bei euch. In, in, in Amiland ist das im Englischsprachigen, geht das schon. Genau. Das ist für den deutschen Markt jetzt erst freigeschaltet. Und dass du Folgeantworten machen kannst. Und zwar inhaltlich als auch nicht inhaltlich. Also solange das noch läuft, kannst du quasi die nächste Frage stellen. Genau. Ich gebe dir die Antwort und du machst dann einfach mal. und so ein paar Kleinigkeiten wohl wieder, Sicherheitsupdates sowieso. Und das finde ich ganz spannend. Da werde ich ein bisschen dran rum. Ähm, hier für alle casual iPhone-User, äh, da draußen in der Welt, ne. Wir senden ja auch vor allem an euch. Wir senden an den einfachen Mann, die einfache Frau, ähm, die wirklich, ja, doch, man kann schon sagen, minder Bemittelten, die in der dunklen Höhle nach ihrem harten 8,5-Stunden-Tag, äh, auf dem Sofa sitzen und nach 2,5 Stunden TikTok merken, sie müssten mal irgendwie Nahrung aufnehmen. An euch richte ich mich jetzt, wenn ich sage. Wir haben folgende neue Emojis. Die Limette. Den Pilz. Das Kopfschütteln. Das Kopfnicken. Die gebrochene Kette. Und den Phönix. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich total. Nein, es ist nicht wirklich. Du hast jetzt die Emojis schon klar gemacht. Finde ich super. Das ist nämlich irrelevant hoch 10. Wirklich. Und fürs Protokoll muss ich auch mal sagen, also erstens mal, äh, Selbstbeweihräucherung vor allem, äh, ich hab die nicht abgelesen gerade, sondern ich hab mir das gemerkt, weil ich so unfassbar brillant bin. Und zweitens, äh, äh, ist das witzig, weil ich hier so zu iOS 11, 10, diesen Zeiten war das so eine Sache, da kamen halt, ey, 75 neue Emojis. Und da war auf einmal der übelste Schwachsinn da, ne? Dann ging das los mit, du kannst die Hautfarbe einstellen. Der ganze Shit. Auf einmal saßen alle an ihrem Telefon, haben das probiert, ja, und so geguckt. Heute, Junge, keiner weiß, was gibt's, alles, was mir immer auffällt, was Emojis angeht, ist dieses, ach, dafür gibt's kein Emoji. Da suche ich mal eins, aus Gag, eins. Ja. Ja, gibt's nicht. Eins, ja, nee. Du bist da auch nicht Zielgruppe. Das ist... Ich bin nicht Zielgruppe. Für Emoji? Nee. Wann schickst du mal Emoji? Wenn ich unsere Chats mal durchgehe, kann ich nicht... Ja, na, aber bei dir bin ich ja auch relativ unemotional. Aber... Das ist korrekt. Das kann ich... Problem gelöst. Mal rein allgemein gesprochen. Guck mal, pass mal auf. Pass mal auf. Ich schicke... Ja, gut. Also... Der war gut. Ey, ich glaube, das passiert nur bei mir, dass ich so wirklich... Ich schicke schon Emojis. Ständig, also... Ja, aber nicht mir. Ich mach diesen hippen Kram auch. Swag. Wenn du schon hip sagst, dann fang ich an zu weinen. Oh, mein Sohn ist so hip. Ja. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Wir kommen zu unserer Kategorie. Sehr geehrte Damen und Herren, Jungs und Mädels und alles, was es dazwischen auch noch gibt. Wir haben wieder unser Fremdwort und heute bin ich dran. Und ich hab wieder gesucht und gesucht. Es ist wirklich gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Einfach ein Fremdwörterbuch aufschlagen und eins nehmen, ist ja Blödsinn. Du sollst ja eine Chance haben und es soll eins sein, das man kennen könnte oder wo man sich was darunter vorstellen kann. Ja. Weil irgendwas aus der Wissenschaft zu nehmen, ist ja Unsinn. Es muss ja irgendwas sein, wo wir mit Kontakt haben. Na, das Ding ist ja auch, Fremdwort wird ja schnell, ne, sowas wie wir jetzt hatten in den letzten Folgen ist ja klar, ein Fremdwort und auch ein Komplexes. Aber du hast ja im Deutschsprachigen so, 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 so viele Fremdworte, die wir einfach im komplett normalen Sprachgebrauch schon benutzen. Ja. Und die jetzt zu bringen, wäre ja langweilig. Genau. Es sei denn, ihr verwendet es falsch. Ja. Aber das heutige Fremdwort. Wenn ihr dumm seid, ist das hier nichts für euch, nur mal gleich gesagt. Nee, also auf keinen. Also das heutige Fremdwort beginnt mit O. O. Korrekt. Onomatopoesie. Onomatopoesie ist eine Sache, die mir was sagt. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein stilistisches Mittel, in der deutschen Sprache, wenn du dir anschaust, wie Gedichte geschrieben sind, dann kann eine, ich glaube, die Onomatopoesie ist relativ verbunden auch mit der Synesthesie. Die Synesthesie ist der Eindruck mehrerer Sinnesorgane, dass du quasi Sehen und Fühlen irgendwie verbindest. Onomatopoesie, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Grüße gehen raus an all die Versager da draußen, die versucht haben, mir beizubringen, wie ich ein Gedicht zu besprechen habe und mir dann immer nur eine mittelmäßige Note gegeben habe, obwohl ich wahrscheinlich das Geilste abgegeben habe, was sie hier gelesen haben. Sicher. 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 Auf jeden Fall weiß ich, dass dort Onomatopoesie eine Sache war, die man hätte anwenden können. Gerne genutzt übrigens in so einer Gedichtanalyse ist die Anapher. Weißt du, was eine Anapher ist? Nein. Das ist geil, wenn eine Zeile mit dem gleichen Buchstaben beginnt oder Wort. Das kann jeder Depp erkennen, deswegen hat man das gerne mal geschrieben. Korrekt. Onomatopoesie. Das ärgert mich richtig, weil als du es gesagt hast, war ich so yes und jetzt bin ich so dump shit auch mal zuhören. Auch einmal zuhören. Es kommt auch aus dem Altgriechischen, da kommen wir wohl häufiger um die Ecke. Und ich versuche zu helfen. Steht für einen Namen prägen oder benennen. einen Namen prägen oder benennen. Einen Namen im Sinne von der Name eines Menschen? Nee. Nee. Ich habe jetzt schon überlegt, ob das, nee, das hat einen anderen Begriff, so Sachen wie A und U und solche Ausrufe, das ist was anderes. Das sind Interjektionen, aber je nachdem, wie du sie verwendest, bist du da auf dem richtigen Weg. Weil nicht A und U, aber. Aber Dinge wie, nee, ich glaube, da komme ich nicht an. Ich finde, nee, aber du bist dicht dran, das ist nicht schlimm, das ist keine Schande. Ich löse mal auf, weil du schon so dicht warst, fange ich mal mit diesen genau an. Puff, bum, bang, zisch, knirsch, So laut wie du das beschreiben einfach, ne? Lautmalerisch. Lautmalerisch ist gut, ja. Das hast du viel in Comics, aber du hast es auch in der ganz normalen Alltagssprache, pass auf, kleffen. Oh, stimmt. Das ist das nachgeahmte Geräusch eines kläffenden Hunden. Kleff, kleff, ne? Oder knurren, knurren. Hat's im Wort schon drin. Miau. Ja, stimmt. Miauen. Ist auch nur ein nachgeahmtes Wort, ja. Oder muh und die ganze Scheiße. Oder klatschen. Warum? A-T-S-C-H. Klatsch. Das ist lautmalerisch. Genauso wie piepsen. Ah, okay. Also kann man zusammenfassen, das Wort Onomatopoesie beschreibt, wenn das Wort selbst schon beschreibt, was es ist, nur durch seine Laute. Den Laut schon malt. Ja. Die Imitation von Lauten und Klängen. Das ist interessant. Lautmalerisch. Sehr schön finde ich übrigens auch ein Wort, das wir alle schon verwendet haben, weil selbst, ja, wenn du das Tier hörst, genau das das Geräusch ist. Zirpen. Hm. Das stimmt. Das ist das klassische Zikaten-Geräusch, das, äh... Oh. Also ich weiß, es ist eigentlich vorbei. Da muss ich mich gleich mal im Stuhl aufrechnen, ja? Ja, bitte. Das, äh, du hast gerade gesagt, das klassische Zikaten-Geräusch, ähm, oder auch Grille. Ich weiß nicht, ob das unterschiedliche Tiere sind. Ja, ich bin, ich bin jetzt auch kein scheiß Profi, nur weil ich hier ein paar Tierfakten erzähle, ja? Auch mal ruhig bleiben. Da draußen. Hat keine Halszähne, ist korrekt. Aber ich habe eine ganz interessante Doku gesehen. Ich glaube, bei Arte, da ging es darum, wie Tiere sich anpassen oder in ihrem Verhalten ändern durch den Klimawandel. Ja. Und jetzt hört zu, Junge, jetzt wird es ganz absurd. Es geht, äh, wir befinden uns auf Hawaii und auf Hawaii, äh, hat sich auch die Temperatur ein bisschen verändert. In manchen Regionen auf der Insel ist es ein bisschen wärmer geworden, als es eigentlich wäre. Und diese paar Gradunterschied haben dafür gesorgt, dass sich eine Fliege fortpflanzen kann, die es dort vorher nicht gab. Und diese Fliege hat die Eigenschaft, dass sie ihre Larven in die Köpfe parasitär, äh, von Grillen legt. Woher weiß sie, wo Grillen sind? Die Fliege ist strunzendumm, sieht schlecht, aber die hört die natürlich. Wenn das männliche, wenn das Grillenmännchen ein Grillenweibchen anlocken möchte mit seinem Paarungsruf, dem Zirpen. Da fliegt die Fliege... Das ist kein Ruf, ne? Das weißt du. Ne, die schaben ihre Flügel aneinander, ist richtig genau. Genau. Das wird auch noch richtig gleich. Und die fliegt dorthin dann und legt in den Nacken der Grille, ähm, die frisst das bisschen auf, legt da ihre Eier rein und dann wächst in der Grille eine Made, so groß wie die Grille selbst, die am Ende rausbricht und die Grillen tötet. Jetzt wurde das zum Problem für die Grillen, dass natürlich, dadurch, dass die sich ja selbst bemerkbar machen, die Fliege super sich fortpflanzen kann. Und somit auch viele, viele Grillen sterben. Aber die Grille war, ich glaube, zweieinhalb Jahre, drei Jahre hat es gedauert, sehr klug und hat, also was heißt klug, aber sie haben einfach aufgehört, dieses Geräusch zu machen mit dem Schaben der Flügel aneinander, sondern es kamen auf einmal einzelne Tiere hervor, die ein Geräusch machen, was die Weibchen hören, aber die fliegen nicht und auch der Mensch kaum. Survival of the fittest. Ja, Survival of the fittest. Und es hört sich ein bisschen an wie so ein Schnurren von einer Katze, weil es auf einmal ein bisschen bassiger ist. Und das reicht aus, dass die Fliege das nicht mehr erkennt und die Grille weiterleben kann. Krass. Ja, siehst du mal, wie schnell Evolution gehen kann. Das ist nicht immer alles Jahrmillionen. Auf keinen Fall. Deswegen, ich finde das sehr spannend. Wir haben einige Lücken. Aber das ist wieder ein Thema für ein anderes Mal. Ich glaube, wir kriegen heute ein Zeitproblem. Ey, ich glaube es auch. Wir haben nämlich noch jemanden nicht zu Wort kommen lassen, der eigentlich in jeder Folge jetzt zu Wort kommen sollte. Das stimmt, ist ganz wichtig. Ich habe übrigens Ärger bekommen, nicht in meinen Instagram-DMs, sondern von der Person selbst, die die Fragen einspricht, das Intro eingesprochen hat. Und ich habe in der letzten Folge ihren Namen gesagt. Mhm. Und das ist grundsätzlich auch nicht das Problem, aber sie hat gesagt, sie wäre gern ein Geheimnis geblieben, das Phantom. Oh nein. Und da habe ich gesagt, vielleicht kann man sie ja mit an den Tisch holen irgendwann mal. Na klar. Vielleicht überlege ich mir das noch und wir schneiden das raus. Ich würde jetzt einfach mal die Frage von der Leonie vorspielen. Ja. Ich bin ganz gespannt, wie immer, das gleiche Spiel wie immer. Wir haben die Frage noch nicht gehört. Leonie hat vor anderthalb Stunden diese Frage aufgenommen und wir sind ganz gespannt, was uns erwartet. Wisst ihr, ich liebe Utopien. Und manchmal überlege ich mir, wie es wäre, wenn es nur noch das stärkere Geschlecht geben würde. Also ihr beiden, wie sieht eine Welt ohne Männer aus? Großartig. Okay. Das Ende habe ich so erwartet, aber das ist eine Vorstellung. Eine Welt ohne Männer? Mein erster Gedanke wäre eigentlich gewesen, eine Welt ohne Kriege. Was ich aber dann doch nicht glaube, weil Frauen da zwar kommunikativer rangehen und weniger Testosteron geprägt, aber es gibt halt auch Frauen, die dann zu Gewalt neigen würden. Aber da die wahrscheinlich in starker Unterzahl sind, gehe ich zurück auf Bemerkung 1, eine Welt ohne Kriege. Ich glaube, wenn man verpflichtend in alle Regierungen nur Frauen setzen würde und nur Männer als Berater, hätten wir schon einige Probleme gelöst. So albern, wie das jetzt klingt. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, man muss halt auch immer unterscheiden. Also es gibt ja so Dinge, die uns Menschen als Menschen einfach alle eint. Und das ist halt auch einfach dieses, ja, einfach so, wenn man es runterbricht, einfach so wirklich Dinge wie die sieben tot sind, einfach so albernen Shit, den man so runterbrechen kann, der einfach negativ ist, sei es jetzt Missgunst oder Habgier, so Shit. Ich glaube, dass Frauen einfach den großen Vorteil haben, dass sie, und das merke ich auch ganz häufig in meinem Alltag einfach, Frauen sind in der Lage, viel häufiger und länger das große Ganze zu sehen und mehr viele Dinge auf dem Schirm zu haben und deren, wie sich die Dinge miteinander beeinflussen, zu beachten und so. Weißt du, ich bin manchmal so, dass ich einfach nur so gefühlt von einem Ding zum nächsten hüpfe im Kopf und froh bin, so die Einzelschritte abzuhaken und bin, denkt dann schon, ich habe hier den absoluten Masterplan abgeschossen, Junge. und dann kommt Nele um die Ecke und erzählt mir, während sie fünf andere Sachen macht, was sie gerade alles gemacht hat, was noch wann alles ansteht, was wir dafür noch machen müssen, wann es Sinn machen würde, das zu tun. Junge, what the fuck, Alter. Ich habe gerade überlegt, wie ich mir Kaffee mache. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe. Das ist ein Punkt, wobei ich glaube, dass manche Männer auch kompensieren könnten, aber ich glaube, dieses, den emotionalen Faktor dann nicht außer Acht zu lassen, das ist nochmal eine Stärke von Frauen. Das Kommunikative, gekoppelt mit, in der Regel, einer hohen emotionalen Intelligenz und das verschafft dir eigentlich im Alltag auch Vorteile in einer Welt, die dafür empfänglich ist. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass eine Welt nur mit Frauen sexuell auf jeden Fall freier wäre, also, dass man schneller einen Konsens unter allen lebenden Menschen finden würde, wie gehen wir mit Sexualität um, wie leben wir das aus. Weißt du, einfach so ein gesünderes Miteinander, was das Sexualleben angeht, 100 Prozent. Ja, und man bräuchte es ja dann nur noch zum Spaß, denn der Rest wäre Parathenogenese, wie wir in Folge 1 gelernt haben. Aber du könntest ja, na, ja, also, ja, okay, rein aus dem Geschlechtsakt würde nichts hervorgehen, aber du kannst ja trotzdem weiterhin Kinder zahlen. In einer Welt ohne Männer? Also, vorausgesetzt, man bildet eine neue Welt. Okay, aber Spermien leben auch nicht ewig, ne, also am Ende schon. Das ist korrekt, ja. Ja, okay, also, wenn wir davon ausgehen, und nur so macht es Sinn, langfristig gesehen, dass sich das auch weiter hält, und nicht, also, weil nur Männer sterben aus, nur Frauen sterben aus. Ja, das würde nicht funktionieren, rein biologisch, es sei denn, die kriegen halt alle per Parathenogenese weibliche Nachkommen. Ja. Dann wäre es kein Problem. Ja, auch so, ich glaube, wahrscheinlich bräuchte es auch wirklich eine Welt nur, ähm, nur mit Frauen, wo, äh, es auf einmal möglich ist, so, zu arbeiten, äh, nicht arbeiten zu müssen, wenn man seine Periode hat, oder, weißt du, einfach so, dass so Dinge, die so natürliche Probleme verursachen, keine Diskussionsgrundlage mehr sind, sondern so, nur durch Menschenverstand einfach klar sind. Vielleicht sitzt aber auch draußen an irgendeinem Lautsprecher unter irgendeinem Kopfhörer, Chantal, und hört uns zu und sagt, ihr müsst nur einen Tag bei mir im Frauenknast erleben, und dann wisst ihr, was ihr für ein Quatsch gelabert habt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Wäre ein interessantes Beispiel, weil, das ist ja eine reine Frauengesellschaft, die natürlich nach festgesetzten Regeln funktioniert, aber innen drin gibt es ja, wie in einem Männergefängnis, ja auch bestimmte Strukturen, die sich da bilden, und Machtverhältnisse, und die gibt es garantiert im Frauenknast auch. Und jetzt nicht wie Walter damals aus der Serie. Ja, nee, du musst ja aber sehen, ein Frauengefängnis ist ja in dem Sinne entstanden in einer Welt, in der vor allem Männer die Regeln machen. Also ist die Institution Frauengefängnis schon nicht Frau gemacht zum Großteil. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber die soziale Interaktion, die ist rein weiblich. Ja, sicherlich, aber viel interessanter wäre jetzt, wie verändert sich ein Frauengefängnis in einer Welt voller Frauen. Also weißt du, wenn es nur Frauen gibt, das kann man sich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn auch die Institution Frauengefängnis von Frauen ins Leben gerufen wird, ja, geplant worden wäre und umgesetzt, ja, das stimmt, dann wäre das. Wo ich immer wieder ankomme, egal in welche Richtung, ich denke, ist einfach, dass es alles ein bisschen, ein bisschen humaner abläuft, kann ich mir vorstellen. Da gehe ich mit, das denke ich auch. Spannend. Eine wichtige Frage ist noch offen. Wie war denn deine Woche? Wild, ich, nee, eigentlich nicht. Viel Arbeit, aber alles gut. ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ein gekündigtes Arbeitsverhältnis beeinflusst sowohl meine Arbeitsmoral als auch, ähm, die Wahrnehmung meiner, also wie ich, wie meine KollegInnen mit mir umgehen, so ein bisschen auch. Ja. Das ist nicht so geil. Du bist nicht mehr so richtig Teil von ihnen. Ja, an manchen Stellen habe ich das die Woche auf jeden Fall gemerkt, so. Ähm, ja, und sonst, ich habe, ähm, der Nele zum, also beziehungsweise der WG, so, uns dreien, ähm, ein Töpfer-Set geschenkt, was, ähm, wo du nicht groß brennen oder irgendeinen Shit machen musst, das trocknet einfach an der Luft, wenn du es bearbeitet hast und dann kannst du das süß bemalen und ganz großartig und das, ähm, haben wir halt jetzt die ganze Zeit nicht geschafft und das haben wir jetzt gemacht, ähm, so, Samstag, Sonntag, irgendwie so. Oh, und ihr habt mir eine schöne Kaffeetasse gemacht? Und, also eine Tasse, hör mal, mein Freund, also wenn du dich damit mal auseinandersetzt, das ist schon die Königsdisziplin, ja, das ist schon wirklich Arbeit. Nee, wir haben ganz süße Sachen gemacht, ich würde auch mal, ähm, Schlüsselschale. Also, ich hab von Nele mal so einen kleinen goldenen Frosch bekommen, wo man so Räucherstäbel reinstecken kann und das zimmst du an und dann hast du einen schönen Raumduft. Und den, ähm, da ist das Ding, der Frosch, der steht gerade und dadurch, dass ein Frosch natürlich keinen senkrechten Rücken hat oder waagerechten, ähm, steht das Stäbchen so schräg nach hinten und da hab ich immer gesagt, ich brauche irgendwas, was alles auffängt von dem Stäbchen und da hab ich eine kleine, äh, Schale gemacht, wo ich quasi den Frosch draufstellen kann und gleichzeitig aller Abfall des Stäbchens auf die Schale fällt. Also ein sehr, sehr praktisches und vielleicht auch schönes Teil. Ich, ich kann ja, kann ja mal ein Bild teilen auch. Ja, das, das wär schick. Ne? Vielleicht, äh, müssen wir auch wirklich mal irgendwie, äh, in den Shownotes die Möglichkeit machen, irgendwie das zu verlinken. Sonst könnte ich's halt auch irgendwo hochladen und wir machen nur den Link zum Bild. Das wäre schön die Idee. Nur so einen Weblink zum Bild. Mhm. Genau. Würde mich auch mal interessieren. Na, super. Super. Sehr ordentlich. Dann haben wir ein paar Sachen schon als Hausaufgaben, dann haben wir schon ein paar Eingebungen fürs nächste Mal und haben die Stunde heute nicht so dolle gerissen, wenn wir uns so ein bisschen zusammenreißen jetzt noch beim Verabschieden. Das kann ich immer am allerbesten. Also kommt auf die Person an, aber grundsätzlich kann ich das bei dir ganz gut. Alles klar. Dann mach's gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Alter, wenn du mich doch einmal so stehen lässt. Glaub's ja wohl, du Karwenzmann. Was ich noch sagen muss, weil es gibt manchmal so Themen, die passen in den Podcast nicht rein, weil ich weiß, du würdest vielleicht sehr viel darüber reden. Deswegen wollte ich einfach nur kurz sagen, herzlichen Glückwunsch zum neuen Computer und zum neuen Tablet. Und damit du nicht weiter darüber reden kannst, müssen wir jetzt auch Schluss machen. Tschüss, danke. Tschüss.